herzlich willkommen zu einer weiteren folge hier in thüringen wir werden jetzt die glasen vom bg her fahren er hat schon lange gebraucht ich habe etwas gewartet mit der aufnahme werde ich mir noch einen zweiten anhänger besorgen beziehungsweise organisieren und dann werde ich den zweiten hinstellen der in aller ruhe voll machen kann dann können wir schon mal so anders tun dass ich fahrzeuge reparieren fahrzeuge einparken und kühe kümmern und wasser geben und so dabei brauche nicht warten bis nacht ist und das dauert gute vier minuten bis zum anhänger voll irgendwann ist bgh auch voll und dann geht das so nicht weiter aber wir können ja im prinzip die alten anhänger reich doch malerweise die müssen nur halt andere arbeit machen so schauen wir mal was da drin ist der zeitgeber ist ja weiter gelaufen bgh auch hier ein bisschen wacht gemacht bgh auch hier das gucken ein bisschen leer ein bisschen leer wahnsinn so tippen wir ab so die i und die e eben ausbreiten so jo die nimmt ja auch eine banding ich wollte aber erst hoher testen dass man den anderen aufarbeiten kann das wollte ich machen das würde ich gerne drücken das hätte ich gerne gewusst das ist ja standardgerät und standardgeräte müssten eigentlich bei jedem mod funktionieren das sollte so sein wenn ein mod in schaufeln nicht funktioniert beim anderen mod ja gründe weiß ich zwar keine aber es könnte auch sein dass das vielleicht nicht mitprogrammiert wurde könnte also ich weiß nicht darum bin ich jetzt die meinung getestet mal dann lass ihn mal beraten wenn das nicht klappt ja gut also halt so nicht ja es klappt nicht ja ok in sich kein problem glaub nicht ne könnte ja mal sein ne liegt ja bei einigen fahrzeugen gewisse punkte wo man runter fahren muss ja keine chance da können wir dann gleich zurück fahren ja da wollen wir hier rumschreißen und lange probieren und machen wir werden das jetzt gleich mal mit der KW unterschieben dann lass ich mal arbeiten eine weile und wir machen das erstmal die KW im Grunde ist es einfach die Fahrzeuge stehnt schon so das ist ja einfach so ein super ne das macht die Arbeit nebenbei alleine wir müssen nach vorne gucken dass das vordere Vorderband immer schön dicht bei ist da werden wir mal kurz einsteigen und ein bisschen korrigieren ja sobald er oben rauf fährt denke ich vorbei ne ich wollte ein bisschen mehr da hinten ran also lagt noch nicht zu passt noch nicht ganz aber wahrscheinlich das macht zu viel äh noch nicht genug Quecks das muss reichen jetzt kann der ja weiter arbeiten und voll machen und irgendwie können wir schon mal zum stahl gehen der stahl ist hier er ist voll machen wir da die kühle Futter geben dann können wir da nicht putzen der fressen sind die hoch ich glaube der war leer die wird hohe wir haben doch Struck ne das war 51% äh Quatsch Prozent nicht 51 Liter oder Gramm keine Ahnung das ist links da kann einer der Kühe im Kro macht ja nix ne wir holen die Lage nebenbei können wir auch zurück das kann man nicht erklären ach so wenn ich aber auch fahre Kro und der andere Blocking nicht mehr Blocking so war das mit dem nebenbei Beschärfigen nie gedacht ne ups das war auch noch ein zu und 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 dann können wir gleich mal gucken was wir noch an äh Ressourcen hier drin haben was wir hier gleich rein fahren können also wir haben drin nichts wir brauchen jetzt mehr die Lage die holen wir gleich dann wenn wir da mal Sprung herfahren und wir werden uns gleich mal einen Sprung neu kaufen wir haben schon was drin wir können ja was für das aber das reicht ja jetzt äh gerade so Anführungszeichen ne Anführungszeichen ne für heute können wir gleich im Strom mal da noch gleich fahren und dann Paletten kaufen neu dann LKW auch hier hin fahren aber dann können wir einen anderen LKW ja nehmen die nur leer Junge die Graf füßt das Zeug halt auf als wenn das hier nichts ist nicht die sind leider die werden hinterher kurz also erstmal mit raus leeren und jetzt ist es voll und nächst da rein ne also 100% 100% dann kommt die hier rein mit der Rollerball ganz schön ganz schön und das ist heftig sind die verfressen ich dachte man ein bisschen was drin bleibt aber wir werden mal angucken doch mehr und ich wollte es putzen hier können wir nicht klein gehen Das ist jetzt die Barrage, ich sehe das merkwürdige dabei. Das ist besser die Nüsse, dann müssen wir ja der Rad noch fahren, nicht? Okay, das ist fest. Dann fängt er auf. Dann lassen wir vorsteigen. Dann müssen wir ein bisschen mehr nach links fahren. Zähne. So, jetzt fahren wir schon ein Silo hin. Einmal gucken, was unser Strohfahrer macht hier, wieso er wieder streikt. Wo ist unser Ho-Harm- und Landtraktor? Den einzelnen. Den Baum, wenn wir kurz weg machen, nicht? Ich dachte schon über Länge. Das ist voll. Wir können nicht alle einmal machen. Das ist leider so. So, wir fahren mal jetzt den Baum entfernt, nicht? Der jetzt stört immer wieder. Schon zum zweiten Mal. Und ihr wisst ja, was stört, muss weg, nicht? Ich kenne da nichts. Die liegt schon wirklich. Ich lege noch ein bisschen zu. Wieso? Ohnwurls war das gute Stück von Frese. Ah, nicht mal lange. Dann kannst du fahren. Und die Nase. Ja, das ist die zweite Folge am Samstag. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Hoffen wir, dass ihr gut reingekommen. Wenn die Folge kommt, dann habe ich auch schon eine Woche geschafft. Eine Woche Spätschicht. Muss ja auch sein, ne? Alles verkehrt worden. Da kann er den ankoppeln. Und los geht's. Das. Ja. Hackthussel geht normalerweise nicht da rein. Ansonsten müssten wir das. Ja. Wird's gefährlich. Ja, der kippt ja das ein Anhänger vom Stroh rein. Das kann passieren. Aber normalerweise soll's da nicht reingehen. Dann fahren wir zum Silo. Wohne ist egal. Wenn wir jetzt einen Baum fällen, dann haben wir eh. Äh. Hackthussel drin. Kann ja sein, dass er das reingekippt, ne? Echter oder nicht. So. So. Ja. Ich mach mal weg. Wie du willst? Ich mach mal weg. Wie du jetzt hier? Was ist denn? Ich bin voll. Ich bin ja gespannt. dann fahren wir mal gleich hin zum ich weiß nicht wo die 7000 sind aber die sind nirgendwo da sind wir ganz komische Einstellungen ich bringe mal gleich ein Silo sollte eigentlich da reinkippen macht er nicht ich hatte den da auch an als Anhänger nicht so genau genommen können wir da auch nehmen wir werden hier so eine Stroh nehmen dann fahren wir vorher, dann macht er das schön rein Anhänger voll gut für den Winter so die Show, das soll es für heute gewesen sein ich danke fürs reinschauen hat mich gefreut dann sage ich hier auch mal tschüss um den Winkel tschau tschüss bis zur nächsten Folge kommt morgen glaube ich und die gucken ja morgen tschüss tschüss tschüss